So wie hallo, herzlich willkommen hier bei Yu-Gi-Oh Master Duell so angezockt. Ja, das Spiel war einfach mal so gratis. Ich glaube Januar 2022 oder so oder Februar. Aber es war einfach so gratis, einfach so. Und ja, viel Spaß, ich zeig mir mal ein bisschen. So, erst mal zeige ich dir jetzt mal einfach so, wie ein paar Karten aussehen. So, hier gibt es im Spiel insgesamt über 10.000 Karten. Ich muss mich mal überlegen, 10.000 Karten. Und dann zeige ich dir als erstes, dann zeige ich dir ein bisschen hier das Menü und dann auch wenn man kämpft. Tatsächlich, wie ich sage, ich bin auch großer Yu-Gi-Oh Master Fan. Ich gucke lieber. Ich kenne mich zwar gut aus, aber bei allen Yu-Gi-Oh Spielen, die vorher schon gehabt, bei anderen Systemen und so weiter, ich habe noch nie ein richtiges Match gewonnen. Ja, höchstens hier Training oder was. Also gegen Online Gegner auf jeden Fall noch nie gewonnen. So kann es sein, dass gegen Computer vielleicht ein, zwei Mal gewonnen hat oder so. Das war aber bei älteren Spielen, weil jetzt ist das alles ziemlich komplex. Also, ja. So, erstmal hier die Karten halt. Was heißt die Karten? Ja, ist so ein bisschen so. Da kann man sich hier sein Deck zusammenstellen. Die Astro-Fail kriegt man schon nur, wenn man seinen Namen da registriert. Da geht ja hier in dem neuesten Teil, geht darum, dass man weltweit alle Online-Leute quasi, ähm, ja, ähm, herausfordern kann, um sich zu violieren. Und sonst war es ja immer nur Computer Gegner oder so. Oder ab dem Zimmer Online. Ja, hier ist der Hauptteil quasi ja Online halt. So, ähm, ja. So, ja. So, Solo. Ja, da kann man erstmal, ähm, quasi erstmal, ähm, Training machen, aber was, äh, sich drauf vorbereiten und machen kann. So, äh, keine Ahnung, da gibt noch einen, dann noch einen. Der letzte heißt Link oder so. Und die haben alle hier verschiedene, ja, verschiedene Sachen halt. Zuerst gab es Fusionsdinger, dann Panel-Beschwörungen, ähm, ähm, äh, Beschwörungen, ähm, äh, ja, Xyz-Beschwörungen und, äh, ja, Xyz-Beschwörungen und, äh, was weiß ich nicht. Jeder hat so seine eigene Stärke gehabt. Plus jetzt hier kann man, was weiß ich nicht, alles in einem so machen, wie man grad will. So ungefähr, wenn er passt. Muss ich halt damit gut auskennen quasi. Und, ähm, ja. Ja, ich wollte ja da gegen einen Online-Kämpfen. Das hat aber nicht geklappt. So, deswegen zeige ich gleich einfach mal, äh, da kann man Leuten, äh, zugucken, wie die spielen. Aber ich glaube, das ist vom Computer ab, ist egal. Deswegen zeige ich gleich trotzdem zwei, äh, Kämpfe. So, und dann gibt hier noch hier so, äh, weiß ich nicht, spezielle hier, ja, hier Dinger, wo man kriegt ein paar, äh, Belohnungen. Die kann man später mit Karten kaufen, so ein Kram. Ja, ich würde gerne mal einen sehen, der 10.000 Karten da, ähm, hatte. Na ja. So im früheren Yu-Gi-Oh! auf der Xbox, ähm, hatte ich sogar mit einem modifizierten Safe-Game. Hatte ich alle Karten, die da gab, da gab es auch schon 8.000. Ja, aber ich bin natürlich nur die stärksten Gold-Götter-Karten, Exodia und so ein Kram. Aber ist ja klar, man braucht doch, ähm, ähm, Fallenkarten und Zauberkarten. Und was hatte ich gehabt? Stärkste Deck und gnadenlos verloren. Na okay. So, das ist mir da auch schon öfters passiert. Und, ähm, na ja. So, ja, hier die Trophäen. Wie sagt ihr, erst kriegt man, wenn man sich, ähm, einträgt und dann kriegt man, wenn man, äh, 50 mal eine Beschwörung, ähm, ähm, äh, wenn eine Beschwörung macht, halt so was, wo Fusionen 50 mal einsetzt oder so, muss man das alles in einem mal machen. Also nacheinander in mehreren, ähm, Duellen. So kriegt man dann halt so die Trophäen. Ist aber trotzdem schwer, 100% zu kriegen. Also, Platin gibt es dann nicht. Es gibt einfach nur 100%. Das sind, ähm, elf Trophäen, habe ich nachgeguckt. So, und jetzt, ähm, zeige ich einfach mal so, wie man kämpft. Also, was habe ich jetzt zeig? Ich habe jetzt selber dazugeguckt, gell. Also, weil die machen da anständig. Weil ich finde das hier, weil es zu komplex ist, ist es ein bisschen schwer, hier, äh, keine Ahnung, mit dem Controller da alles zu machen. Und ehrlich gesagt, das dauert mir alles zu lang. Eine Serie sieht das so cool aus. Aber hier, bis man mal richtig gemacht hat, äh, dauert alles viel zu lang. So, dann gibt es hier halt die Felder. Da unten sind zwei und in der Mitte ist halt das Haupt, ähm, Schlachtfeld. Da kämpfen die dann meistens gegeneinander in der Mitte. Unten kann man, ähm, vor allem Karten und Zauber und sowas ablegen. Und dann oben kommen die Monster hin, also die zweite Reihe von unten. Und dann, je nachdem, wenn man die schräg macht, ähm, dann sind die halt im Verteidigungsmodus. Oder halt so geradeaus, so wie jetzt, dann sind die halt im Angriffsmodus. So, dann ist hier alles neu. So, dann kann man die noch verketten. Hier mit anderen Karten, wenn die in der Nähe liegen, dann werden die automatisch, ähm, irgendwie mehr, äh, Bonuspunkte, mehr Schaden und mehr Defensivpunkte. Also, so, dann kann man die noch fusionieren. Oder hier mit der eine Typ da, der macht gleich aus vier Karten eine. Und dann irgendwann haben die auch mehr Power. Und gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten mittlerweile. Also, viel, viel zu viele, finde ich schon. Und deswegen habe ich hier erstmal zugucken, was man machen kann. Ja, sieht sehr aus, als ob ich verliere. Was heißt also, ich sag mal, ich will unten A. So habe ich mir jetzt vorgestellt. Und B, der hat jetzt sogar mehr Punkte als, äh, als ich da unten, sag ich mal. Und, ähm, ja, das kann sich schnell wenden hier. So, dann sieht man auch später noch in 3D noch so, ähm, wie die Figuren aussehen. Was heißt 3D? Da kommt spätestens ein größeres Bild. Da sieht man die Monster eher als wie auf den Karten. Naja, früher auf der Xbox-Version, da wurden alle, alle Monster, die es gab. Also die meisten. Die wurden alle, ähm, als 3D-Figur, äh, dargestellt. Deswegen fand ich das eigentlich bis jetzt noch am geilsten. Ja. Naja. Wie ich sage, das ist komplex. Halt ohne Ende. Da habe ich hier mal ein bisschen einfach mal so geguckt. Höh, da, der, der, der Fuchs. Ja. Und wo ich halt mit den Karten auskennen. Ähm, da jetzt. So sieht es halt aus, denn wenn man richtig, ähm, dickes Monster macht, sag ich mal. Gutes Monster, da mit, äh, zehn Sternen oder was. Ja, wie sagt man, wo ich auskennen. Da kann man noch die Effekte holen. So eine Friedhof gibt es auch, wenn die Karten kaputt sind. Weil wenn man sie benutzt hat und die sind nix mehr wert, da kommen die an den Friedhof. Und man kann sie auch da auch wieder zurückholen. Da hat man sogar, das ist auch noch neu. Also im letzten Teil bei Ocean Zoo, da hat man so noch ein Extra Deck. Da kommen so spezielle Monster oder so ein Kram hin. Die kann man auch nur, ähm, ja speziell irgendwie auf, ähm, beschwören halt. Ist alles ein bisschen sehr, sehr kompliziert geworden. Ja, da hat jeweils Fusion. Da hat er schon zwei von den, also habe ich da zwei von den, äh, starken Dinger da. So, und ähm, kann man sich ja vorstellen, wenn die Gegner gleich keine, ähm, tja, mit viele Monster hat. Wer ist denn wohl mit den, ich weiß nicht, dann über 9000, äh, Angriffspunkte. Dann ist der schnell weg vom Fenster. Ja, da sind schon 11, 12.000 Punkte. So, jetzt greift er einfach mal an. Jetzt wird ein Monster besiegt. So, da war jetzt ein direkter Angriff. Und, ähm, tja, jetzt hat er nichts mehr gehabt. So, ja. Also bei 0 ist es mal kaputt. So, ja. Naja, das war ein Kampf. So, und dann zeige ich jetzt noch da, äh, wie noch ein paar andere Menüpunkte aussehen. Und dann einfach noch hier so ein Kampf, ähm, zugeguckt. Selber gespielt. Wie gesagt, nicht. Da werde ich wahrscheinlich eine Stunde dran rumhocken. Das Training, das war schon, äh, schon ziemlich nervig, sage ich mal. Für das, ähm, tja. Da geht alles nichts so schnell von dann. Ähm, normalerweise, wenn die Leute da spielen, ähm, die lassen sich da auch Ewigkeiten Zeit, äh. Nichts nur, nur wie eine Serie, da reden sie so ein bisschen. Aber die lassen sich da manchmal fünf Minuten für, ähm, bis der andere dran ist, Zeit, ey. Deswegen, äh, wollte ich auch, dass das hier einfach mal ein bisschen schneller gezeigt wird. Ich hab mir wahrscheinlich schon erstmal alles durchgelesen. Ich weiß noch nicht, was die Karten, die haben ja alle Millionen, äh, Effekte. Kann ja sein, dass das ein oder zwei Zusatzeffekte hat. Dass man keinen Fehler machen will, und so weiter. Dann ist man da allein schon das erste Mal, ist man da sehr, sehr lange beschäftigt. Das ist ja auch cool, das sage ich ja nicht. Ähm, aber, ähm, dauert halt jetzt lang, für irgendwas zu zeigen, oder so weiter, äh. Deswegen, da gucke ich lieber die Serie. Da weiß ich, ähm, die macht mir Glücks, ähm, Glücksmomente genug, ähm, jetzt da für die ganze Zeit alles durchzulesen. Wie gesagt, 10.000 Karten. Und als richtiger Fan müsste ich ja schon. Eigentlich, ich will, ich will jede Karte haben. Ich müsste doch alles dann auch, ähm, durchlesen, so weiter. Für die ganze Zeit. So alt werde ich gar nicht mehr. Ha! Wahrscheinlich. Soweit wird kein Mensch. Ähm. Wie gesagt, das dauert alles Ewigkeiten. Und, ähm, so wie die anderen. Ich hab ja schon mal andere Leute dazuguckt, wie wir jetzt spielen. Da hab ich echt manchmal acht Minuten Zeit gelassen, bis der andere wieder dran kam. Also, ich weiß nicht. Ich will nicht einkaufen gehen, der Zeit zurückkommen. Ach so, jetzt hier, mach mal deinen Zug, oder was? Ja, ne, das soll nicht sein. So, naja, hier, jetzt hab ich die noch ein bisschen so hier gezeigt. Ja, hier verbotene Karten. Können nichts von extra Decks nicht verwendet werden, und so weiter. Dies, das. Na ja, verbotene Karten. Ja, toll, die kann man trotzdem benutzen. So, richtig verboten ist denn nichts, naja. Na ja, so, jetzt müsste eigentlich hier, ähm, nochmal ein Kampf kommen, ein Duell kommen. Und das war dann quasi, so ungefähr. Ja, da haben die Leute auch andere Decks, andere Karten. Zeit für ein Duell. Ja. 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 Wie gesagt, es ist cool, dass es das überhaupt gibt. Es sind über 10.000 Karten, das will ich nicht mehr überlegen. Aber wenn das so ist, so wie so ein Rollenspiel, wo man jeden Gegenstand haben will, ich hätte auch gerne dann noch alle Karten. Ja. Und dann, ähm, dass man sich dann aus 10.000, ähm, dann ein Deck mit, äh, Fetch Karten, oder was, oder mit den drei extra Karten noch dabei. Bei Fetch Karten ist normal immer ein Deck. Die da zusammenstellen aus 10.000. Ja, dann, äh, viel Spaß. Da muss man sich gut auskennen, äh, ich schätze mal, wenn man dann alle Karten hat, dann hat man dann mit aller Stärkste Wertung geht ja auch eigentlich. Deswegen waren auch da die kommenden Diamanten und so weiter. Und man kriegt auch, wenn man hier, ähm, Duelle gewinnt, kriegt man natürlich auch Punkte. Und dadurch kann man halt immer Karten kaufen. Ich schätze mal, manchmal kriegt man auch welche, ähm, das heißt Geschenk, ähm, ja, kann man gewinnen. Und dann daraus halt dann die Karten, äh, sich ein Deck zusammenstellen. Ja. Natürlich ja gerade alle oben, der ist ein Hamster. Mit einer Brülle, was unten hat ein Eichhörnchen. Okay. Ja. Standby-Phase. Haupt, Hauptphase 1. Da, jetzt macht er da Monsterste hin. Ich glaub, der hat jetzt gerade verbessert oder aus 2-1 gemacht. Also, was da oben der Typ macht, kann ich schon nicht sehen. So, äh, jetzt kann man es sehen. Er hat einen, äh, zusammen gefrieben mit Fusion oder sowas gemacht. So, macht er da, keine Ahnung. Ja. Wie sagt's, alles zu, ähm, tja, ich schätze mal, selbst wenn man da Training gemacht hat, alle vier, ähm, ersten Trainingsstationen, selbst dann, ähm, wo hat Maggi gehen, den ersten dann online spielt, ähm, braucht man da auch erstmal gar nichts. Na, zum Glück hier links, hier steht ja auch alles. Wie viel man da zum Durchlesen hat, allein schon. Können wir runterscrollen, dann wäre ja noch mehr Text. Da waren bis jetzt alle Karten, die schon in die Karten haben, noch nie eine Serie gesehen hab. Ja. Ja. Auch schon mal geil. Ja. Das hab ich alle noch nie gesehen. Glaubt mal ganz abgesehen, so. Ja, guck, die machen das ja hier wenig schnell, in drei Minuten ja so ein Match. Die sagen normalerweise so eine halbe Stunde, eine Stunde, was sie je nachdem gut überlegen will, überlegen will und alles zurecht machen will. der ganze Kram da durchzulesen, da dauert schon Ewigkeiten. So, was macht der denn da unten? Jetzt macht der, jetzt macht der, glaub ich, hier aus vier Karten eine. Ja, genau. Da ist jetzt hier der Neue aus der sechsten Yu-Gi-Oh Serie. Okay, hier Link, ja, eine Link-Verbindung, keine Ahnung mehr. Ja. Gäbe das früher, hätten wir so ein ganzes Platz. Also man hat immer nur fünf Karten auf der Hand. Und, ähm, ja klar, bei jedem, wo man dran ist, Zug, äh, zieht man halt eine Karte. Kennt man ja. So, wahrscheinlich war nur, weil die Karten da eine komische Farbe haben, können wir die deswegen nur zusammen machen, ich weiß nicht. Ich hab die neue Serie da, die sechste Serie hab ich nicht geguckt. Die ersten fünf, die hab ich alle geguckt. Kennt ich quasi auswendig. Mehrmals, ähm, bis zum Ende geguckt. Die sechste Serie da noch gar nicht, die kam hier in Deutschland noch nicht. Mit Link. Oh, VR Link, oder was, wie die heißt. Also, in Japanisch kann man sie gucken. Hier in Deutschland kam die nicht, deswegen, naja, kenn ich mich da nicht damit aus. Egal, Victory oder Cool Shop gewonnen. Na gut, äh, ja. So, naja. Tja, will man jetzt noch sagen. Also, mir gefällt es. Ja, hoffentlich hat es Spaß gemacht. Bitte Liken und Nieren. Klar, ich hätte es selber spielen können, aber dann, tja, toll. Also, wäre auf jeden Fall schon mal Fack, dass ich da verkackt hätte. Definitiv. Ähm, hätte ich da verloren. Ähm, ja. Deswegen, aber trotzdem Daumen hoch. Das Spiel ist cool, aber muss man sehr, sehr, sehr viel in Zeit investieren. Mehr Zeit als wie in irgendein Rollenspiel. Deswegen, naja. Deswegen, trotzdem Daumen hoch. Warte mit. Dann euch noch einen schönen Tag. Sag mal ein bisschen Technologien. Tschüss. Warte mit. Bis dann.